ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play ja ihr wisst schon wir machen heute weiter und gehen heute auf paramount also wir wollen das viertel hier holen aber hier muss irgendwo ein audio ding sein das muss dann also in diese richtung sein ich muss mal kurz hoch damit ich irgendwie eine ahnung habe wo es sein könnte da drüben vielleicht ja vermutlich da oben auf dem haus oder auch nicht scheiße so zerlegt ja aber kurz dich eben zu klein als arbeiten jetzt mache ich mal kurz mal den rauch hier so wie muss ja moment den jungen da muss ich mir mal kurz eben oh das war keine absicht ja tue ich auch nicht auch nicht bewusst ja dankeschön also das signal kommt näher also müsste das ja hier irgendwo sein das muss ja also muss es hier ja jetzt das muss ich persönlich gesagt aber häng dort für war schlauer als ich mich je zugetraut hätte der typ war vorher schon aus mehreren Gefängnissen ausgebrochen und er hatte es geschafft den Kördenkain nicht durchzudrehen was selbst den schlausten Insassen ziemlich schwer gefallen war das gute gewung wird das eher es war der den Transport der Unfall in Salmon Bay verursacht hatte bei dem er selbst und diese beiden anderen Konjuts entkommen sind ja das werden wir wahrscheinlich nie erfahren so ok dann haben wir das jetzt erledigt dann haben wir noch hier eine Kameras hier haben wir noch ein Audio-Ding hier haben wir noch eine Station die machen wir kurz mal im kurzen Kleinholz wollen die Stadt ja auch unter 30% bringen oh oh So, 45 Prozent. Aber wo sie Jungs da holen? Wo ist sie denn? Da! So. Wunderbar. So, dann gehe ich jetzt hier noch die Kamera holen. Hm. Hm. Okay, da steht irgendwas mit Bubble Tea. Die muss irgendwo auf dem Markt sein. Was ist denn jetzt? Warte mal. Ich muss jetzt mal das Schild suchen. Mit dem Bubble Tea. Na, geh mal hier auf den Sack. So, haben wir den erledigt. So. Gut. So, wo steht das Bubble Tea-Shield? Das ist es wahrscheinlich nicht. Okay. Das muss also eine DOP-Absperrung sein. Kaffee. Hm. Okay. Das muss also hier irgendwo sein. Das ist nicht einfach gerade. Warte. Links der Zaun und der Baum. Warte mal. Warte mal. So. Wo könnte die denn stecken? Die muss theoretisch... Jetzt ist es nicht gerade ohne. Definitiv nicht. Wenn wir wegst, dann geht's weg. Der Super-Recher Kameras ist weg. Geh mal weg. Da steht ein weißer Venn. Das ist das Tee hier vielleicht. Dass die Kamera... Da oben ist sie. Gut. 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 Oh, sieh! So, Duschung wieder, mein Freund. So, und jetzt kommen noch zwei. Gibt es also freiwillig auf, Kollege? So, Drogendeal verhindert. So. Da ist die Drohne. Ach, die müssen wir zu schön erst. So, 37 Prozent, liebe Leute. Und da unten muss jetzt noch ein Geheimdetektiv sein. Da müssen wir das Thema auch gegessen haben. Das ist ein Glatzkopf mit einer blauen Jacke. Und einem weißen Hemd. Okay. Der ist da hinten, oder? Sieht sowieso aus. Ja. Ja. Hab ihn. Ja. 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 mal kurz den aufräumen und wir gehen sprayen. Ich vermute, dass es da oben irgendwo ist. So, einmal den, den. So, ich gucke dann nochmal. So, und damit halt nur noch 25% und wir hätten den Bosskampf verfügbar. So, dann gehen wir jetzt den Bosskampf machen, wahr? Der wäre, was ist denn der Bosskampf für die Stadt? Ah, hier. Ich wollte gerade sagen, hä? Hier kein Bosskampf? Paramount? Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir mal zwei bis drei Folgen pro Viertel brauchen. Also, das geht eigentlich ein relativ kurzes Let's Play werden. Aber wer weiß, was die anderen Viertel noch für uns haben. Das kann alles noch passieren. So. Wo müssen wir denn da hinten noch? Da hoch, oder was? Okay. Einmal hochklettern. So, und dann ist man wahrscheinlich auf die andere Seite, ne? Ah, super. Wir kommen jetzt nicht drüber, oder was? Doch. Na, also. Geht doch. So, einmal den Viertelfin... Äh, den Viertelfinalkampf wollen. Hallo, hier ist die Dio-Pier-Notrufzentrale. Möchten Sie einen Dio-Terroristen-Vorfall melden? Wissen Sie was? Noch eine Reklametafel wurde von einem Bio-Terroristen verunstaltet. Was soll ich jetzt nur tun? Ich erkenne Ihre Stimme, Sir. Das ist nicht witzig. Wir werden Sie zur Verantwortung ziehen. Okay, Lady, dann mal los. Auf, auf. Ja, da unten. Hm. Hey, wir kriegen Besuch, mein Freund. Ach, der ist wieder so ein Heini wieder. Hau ab von mir! Es ist nicht witzig! So, den nehmen wir schon mal aus dem Spiel. Damit wir das Thema auch schon gegessen haben. Ach, der ist... Ach, der Junge ist aus dem Spiel. Okay, fesseln wir mal. Also nämlich nicht mehr so viele Gegner. So, ach, der ist weg. Und dann haben wir, glaube ich, noch den einen, oder was? Und der hängt wahrscheinlich oben auf dem Dach. Komm mal runter, Kollege! Ist langweilig sonst. Ah, da komme ich halt hoch. Wenn ich das könnte. Wohooo! Feierabend, oder was? Dann war harmlos. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Probleme gekriegt, aber irgendwie war dann doch nicht so viel los. Na gut, Paramount wird auf jeden Fall uns... Ja. Wunderbar. Dann haben wir Paramount durch. Und wir können uns in deren nächsten Folge... Äh... Ich guck mal gerade. Haben wir noch irgendwie die Möglichkeit... Ja... Wir haben jetzt... Also die... Das wird durch. Ich würde ja dann damit anfangen. Wie immer mit dem Spielchen... Die, äh... Kommandizentrale zu zerlegen. Wir fangen ja mit George Shown an. Dann haben wir zumindest gut ein bisschen was geschafft. Ja, machen wir. Machen wir George Shown was nächstes auf jeden Fall. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play! Ähm... Infamous Second Son. Bis dahin. Und auf Wiedersehen. Bis dahin.